Hallo zu einer neuen Folge des Fahrerarbeitsplatzprojektes MAN SL 200 E2H. Die in der letzten Folge der Folge 3 angesprochene Spachtelung, die ich da vorgenommen habe, wo der Moosgummi abgeplatzt ist an dem Grundträger, die habe ich jetzt vollendet und dazu auch nochmal ein Bild, was gerade eingeblendet wird. Sie ist sehr, sehr schön geworden. Ich habe sie nochmal mit ganz feinem Schleifpapier ziemlich oft nass geschliffen und nachgespachtelt und letztendlich kann sich das Ergebnis mehr ersehen lassen. Dann wurde das Stück abgeklebt und somit vorbereitet für das Ansprühen mit dem schwarzen Mattlack. Dabei hieß es natürlich auch vorsichtig zu Werke gehen und den Lack auf keinen Fall zu dick auftragen. Ich habe es auch in mehreren Arbeitsgängen gemacht. Es waren um die fünf Stück, also relativ aufwendig und langwierig, aber auch das Ergebnis hier hat sich mehr als gelohnt. Wie man hier in diesem Bild sieht, da war der Lack noch etwas feucht. Dann habe ich das Klebeband und die Verkleidung abgezogen und habe den Lack einfach mal aushärten lassen. Und nachdem das geschehen war, das hat etwa einen Tag gedauert, habe ich dann mit einer richtig dicken Schuhcreme-Paste den kompletten restlichen Moosgummi-Träger oder Moosgummi, dieses Moosgummi-Element eben komplett gereinigt von allen Schmierern, Fahrern, Fettflecken und allgemeinem Schmutz. Und das hat sich wirklich mehr als gelohnt. Dieses Moosgummi-Teil ist jetzt wirklich überall in einem gleichen schönen matt-schwarzen Glanz. Und das gespachtelte Stück fällt eigentlich kaum ins Auge und integriert sich echt gut rein. Und ich finde es schöner, es gespachtelt zu haben und eben ausgebessert zu haben, als da jetzt auf ein aufgeplatztes Stück Moosgummi zu schauen. Als absolutes Finish wurde dann über den Mattlack nochmal ein Klarlack gesprüht, der die ganze Oberfläche nochmal versiegelt hat und die ganzen kleinen Kratzer oder die absolut kaum sichtbaren Vertiefungen nochmal gefüllt hat. Und dieser Klarlack wurde in matter Ausführung gewählt, da eben dieses komplette Ding einfach eher matt erscheint und wenn man dann einen glänzenden Klarlack nehmen würde, würde das einfach die Optik zerstören. Mir ist zwischenzeitlich mal dieser Ring, dieser Einfassungsring für den Tacho von seiner Halterung abgeplatzt. Das ist passiert, als ich das Armaturenbrett oder den Armaturenbrettträger mal auf der Terrasse stehen gelassen habe. Es waren so ungefähr 30 Grad im Schatten und da hat es sich dann doch etwas aufgeheizt und der Kleber, der altersbedingt natürlich auch nicht mehr der stärkste war, ist dann langsam geschmolzen und letztendlich hat sich dann der Tacho-Ring von seiner Halterung gelöst. War aber kein Problem. Ich habe ihn einfach wieder angeklebt. Das jetzt nur mal so nebenbei. Auch ganz wichtig ist natürlich eine große, große Fotowand, ein kleines, großes Board, wo man sich ja die unterschiedlichsten Bilder zusammenstellt und Informationen zusammenstellt, sodass man ganz gezielt mal nachschauen kann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wo jetzt was sitzt und was welche Abmaße ungefähr hat. Außerdem ist bei mir ein Zündschloss eingetroffen, das ich mir vor kurzem bestellt habe. Es handelt sich um ein Java-Zündschloss, das speziell für den Anschluss an Omsi und an dem Arcaze optimiert ist bzw. einfach so gefertigt wurde, dass es eben schon für Omsi optimiert ist und das ist keinem Umbau bedarf. Der Zündnagel wackelt auch nicht. Er hat da kein Spiel drin, denn das Schloss ist wirklich fabrikneu und lässt sich wirklich sehr leichtgängig schalten. Ganz im Gegenteil zu allen möglichen Busschlössern, die so in den Armaturenbrettern drin sind, die schon ewig alt sind und schon total ausgeleiert. Und dieses Schloss, wie gesagt, hat das nicht. Und es hat noch einen weiteren großen Vorteil. Es sieht genauso aus wie die Busschlösser, nur eben in einem ganz neuen, sehr, sehr schönen Zustand. Und außerdem kann es jeder ganz kostengünstig erwerben und zwar auf Ebay. Den Link blende ich gerade mal ein. Da hat jeder die Chance, dieses Schloss ganz kostengünstig für etwa 15 Euro zu erwerben. Das ist wirklich nicht viel und es lohnt sich, wenn man dann das Endergebnis sieht. Und es lässt sich eben auch perfekt in die Standardbohrungen von diesen Armaturenbrettern einbauen, so wie jetzt auch bei mir hier. Es lässt sich wirklich prima einbauen. Der Zündnagel passt optisch auch voll dazu. Und der einzige kleine Schönheitsfehler, den das Ding mitbringt, ist, dass es halt Schaltstellungen bis 3 hat und dass eben auch eine 3 eingraviert ist. Aber ich denke, das ist kaum sichtbar und für den Laien auch überhaupt nicht wichtig, wenn da eine 3 steht, die eigentlich dann nicht steht. Und darauf, glaube ich, kann man relativ gut verzichten. Und man muss ja immer das Gesamtpaket sehen, denn dieses Schloss birgt schon eine ganze Menge Vorteile gegenüber den Schlössern, die eigentlich so verbaut sind in den Armaturenbrettern. Die sind ja meistens von Bosch. Nachdem das dann geschehen war und ich dieses Zündschloss mal probeweise eingebaut habe, habe ich mich dann dazu entschlossen, den Armaturenbrettträger auch noch abzuschleifen und somit dann von seinem alten, verblassten Hammerschlaglack zu befreien. Ja, das habe ich auch dafür gemacht, um eben dann ein schönes Endergebnis in der neuen Lackierung zu bekommen und dann dem neuen Hammerschlaglack eine wunderbare glatte Unterlage, einen glatten Untergrund bieten zu können. Und hier seht ihr ja auch gerade Bilder, wie das dann aussah. Man muss natürlich etwas vorsichtig vorgehen und vor allen Dingen mit feinem Schleifpapier schleifen, sodass da keine Kratzer oder irgendwelche Unebenheiten ins Material reinkommen, denn es handelt sich zwar um hart Plastik oder harten Kunststoff, aber trotzdem kann man natürlich einiges kaputt machen und man muss natürlich aufpassen, dass man da vorsichtig zu Werke geht. Außerdem habe ich dann aus dem Armaturenbrett an sich, also aus dieser Metallplatte, die Schrauben entfernt. Dabei sind leider die Beilagscheiben kaputt gegangen. Die werde ich mir aber als Ersatzteile nachkaufen und dann eben nachrüsten. Ja, das ist ein unbedingt notwendiger Schritt, denn beim Sandstrahlen würden die Schrauben komplett beschädigt werden und wären dann nicht mehr einsatzbereit. Mittlerweile ist auch noch etwas passiert und zwar wurde mit dem Bau des eigentlichen Fahrerarbeitsplatzkorpus begonnen. Und da bin ich wirklich schon sehr weit gekommen, möchte ich behaupten. Ich habe diese zwei Türme, die ihr ja schon von dem MANÜL-Projekt kennt, wiederverwendet und auch das ein oder andere Teil dazwischen. Ich habe aber den Keil vom rechten Turm entfernt. Den braucht man ja nicht mehr. Das war ja nur eine provisorische Lösung für mein Armaturenbrett vom MANÜL, weil dieses eben keinen Einfassungsrahmen hatte. Den habe ich dann eben entfernt, diesen Keil, und auch auf diesem anderen Brett am linken Turm war so ein Keil. Da wollte ich mich aber gar nicht großartig mit rumärgern, den zu entfernen. Da wäre das Brett nur noch kaputt gegangen und ich hätte es wieder aufwendig spachteln und schleifen müssen. Also habe ich das Brett kurzerhand abmontiert und dann neue Klötzchen, die dann als Abstandhalter für meinen Schreibtisch und den Fahrerarbeitsplatz dienen, wieder eingesetzt, geleimt und dann die Platte aufgesetzt. Und wie ihr eventuell schon bemerkt habt, ist der Fahrerarbeitsplatz im Ganzen etwas länger geworden, etwas breiter geworden. Die innere Platte, also der innere Raum, wo dann das Armaturenbrett drin liegt, ist jetzt ganze 87,5 cm breit. Also füllt jetzt dieser Fahrerarbeitsplatzkorpus meinen kompletten Schreibtisch aus. Also von vorne bis hinten an der Schreibtischplatte liegt dieser Armaturenbrettkorpus eben bündig an. Das heißt, er ist exakt auf meinen Schreibtisch zugeschnitten. Und somit natürlich auf jeden Fall eine Einzelanfertigung und nicht für die Massenproduktion oder Manufaktur geeignet. Ich sage das jetzt deshalb, weil mich schon viele Leute darauf angesprochen haben und gefragt haben, ob ich denn ernsthaft bereit wäre, diese Fahrerarbeitsplätze in Serie herzustellen. Und ganz klar, liebe Leute, die Antwort, es wäre gar nicht möglich, denn jeder Schreibtisch ist so unterschiedlich. Also jeder Schreibtisch hat andere Eigenschaften, jeder Schreibtisch hat andere Abmaße. Das heißt, es wäre rein unmöglich, da einen Standardfahrerarbeitsplatz herzustellen. Ganz abgesehen von dem Kosten- und Zeitaufwand. Ja, jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Danach habe ich dann diesen Armaturenbrettträger auf eine Holzplatte eben montiert, habe ihn angezeichnet, dann eben dementsprechend die Holzplatte ausgesägt und die dann eingesetzt, genau auf die Höhe, die ich in einem Originalbus des Omnibus Club München, des OCM, ich habe ihn euch ja schon mal vorgestellt, abgemessen habe. Ich bin da nochmal hingefahren, habe Ersatzteile abgeholt, die werdet ihr auch gleich im Folgenden noch sehen und habe außerdem eben maßgenommen am Bus selbst und ganz genau mir notiert, wie sich da die Größenverhältnisse so zusammenstellen. Und dabei bin ich dann eben auf etwa 55 cm Plattenoberkante dieser Holzplatte, die mein Armaturenbrettträger hält oder trägt, gekommen und habe dann dementsprechend eben die Platte eingesetzt und den Armaturenbrettträger aufgesetzt oder aufgeschraubt. Ja, das Ganze natürlich noch unlackiert, es ist ja jetzt nur mal die reine Konstruktion, lackiert wird dann am Schluss. Und wie ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt, habe ich beim Tacho vorne dran ein relativ großes Stück freigelassen. Das wird dann später für die Lenksäule sein und wird dann die Lenksäule eben stabilisieren, stützen, wie auch beim echten Bus. Dieses Element lässt sich auch in echten MAN, SLs und SDs, SUs, wie auch immer finden und stabilisiert eben dann die Lenksäule und das Lenkrad und dient auch ein bisschen als Einfassung. Und auch da habe ich die originalen Abmaße genommen, also es ist alles wirklich sehr vorbildgetreu. Ja, und diese Aussparung, dieses Holzbrett, was da jetzt eben noch ist, wird dann noch in Form gesägt. Passend, wenn ich mein Lenkrad habe, dieses Lenkrad bin ich mir gerade am Beschaffen. Und auch dazu gibt es natürlich dann eine ganz besondere Folge. Dann ist auch eine andere Lösung in Sachen Schalthebel in sich gekommen. Und zwar wurde der von seinem jetzigen Platz quasi komplett weggenommen. Das heißt, diese Ausbuchtung oder dieser Halter für diesen Gangschalthebel von Logitech, den ihr jetzt hier gerade im Bild seht, der wird verschwinden, der wird abmontiert und da wird eben kein Schalthebel mehr sein. Ihr wisst ja, dass ich einen Fahrarbeitsplatz aus einem MAN SL200 als Schaltwagen nachbaue und somit brauche ich auch langfristig einen Schalthebel. Und diesen werde ich mir dann auch bauen, aber er wird dann auf jeden Fall näher zum Boden kommen. Er wird dann quasi direkt am Boden beginnen. Ich werde den ganzen Schalthebel auf Basis eines Logitech G29 Shifters bauen und den dann einfach so etwa um 40 Zentimeter verlängern. Als ich dann beim MVG Museum bzw. dem Omnibus Club München mal wieder vorbeigeschaut habe, auch an dem Wochenende, an dem dieser Setra, den ihr in meinem Abonnentenspecial Teil 2 gesehen habt, gefahren ist. Da habe ich mich dann eben auch dazu entschlossen, hey, ich mache einfach mal eine Busfahrt mit, denn da gab es so einen Shuttlebus, auch kostenlos, der vom MVG Museum in der Stendlerstraße zum Bahnhof Giesing gefahren ist. Und das Angebot habe ich nicht ausgeschlagen, wollte einfach mal mitfahren und habe für euch ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Es handelt sich eigentlich im Grunde genommen auch um ein MAN SL 200, nur eben als Gelenkversion und ein bisschen moderner. Es handelt sich also um ein MAN SL 240 in der Prototypenlackierung. Dieser Bus wurde für Testfahrten benutzt und hat heute eine zeitgenössische Werbung. Jetzt werde ich euch mal ein bisschen mitnehmen auf die Fahrt und ein paar Eindrücke euch zeigen. Wie man schon auf Anhieb sieht, hat dieser Bus keine schwarzen alten Kippschalter, wie man sie aus den normalen Standard 1 Bussen kennt, sondern relativ moderne DAV-Schalter, die allerdings in ihrer Anordnung exakt, ich sage mal, verkehrt rum gegenüber denen angeordnet sind, wie man sie zum Beispiel im MAN UL vorfindet. Das heißt, dass diese Linse mit dem Symbol drauf nach oben ausgerichtet ist und nicht nach unten. Diese Ausrichtung hatte man eben normalerweise nicht in MANs, sondern eigentlich nur in Neoplans und Cetras. Von dem her ist es relativ gewöhnungsbedürftig oder zumindest sehr speziell, dass dieser MAN diese Schalter eben so rum eingebaut hat. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass das ein Testwagen war. Ja, außerdem hat dieser Wagen keine alten, runden Kontrollleuchten mehr und auch noch keine richtig modernen, wie man sie jetzt aus dem MAN UL oder O405 oder vergleichbarem kennt, sondern er hat ein Mittelding aus beiden. Er hat zwar eckige, aber mit alten Symbolen ausgestattete Kontrolllampen. Diese Lampen werden heutzutage mit enormen Preisen auf Ebay und anderen Portalen gehandelt und dieser Bus hat sie eben noch eingebaut, in relativ gutem Zustand. Die werdet ihr dann nachher auch gleich nochmal in Aktion sehen. Das nur mal so vorne weg, denn das macht den Bus auf jeden Fall, zumindest das Armaturenbrett, auf jeden Fall einzigartig. Ein Kühne? Ja, also normalerweise nicht. Also ich habe keine. Die stehen? Die feste. Nein, ich habe keine hinterlassen. Die Rösten sind nicht so oder mit den Anhänger, ob das so gar umsetzt, dann das nicht. Aber sonst glaube ich nicht. Ich glaube, damals gab es die Rösten aufzunehmen. Ja. Das ist schön. Wie geht es mit Schrauben? Das heißt, das ist ein Festschrauben. Der hat ein Volk gedrubelt. Ursprünglich hat er ihn reingedrubelt, aber der hat sich dann nachher zum Bock geschitten. Oder so, das soll ja jetzt wissen. Dankeschön. Das soll ja immer alles genau gescheit wissen. Soll ich uns einfach mit den Busen gescheit wissen? Ja. 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 Die Besonderheit von diesem Bus Ja, ich habe einen Vorführbus von MS und der Werkbus Die Spuren hier haben uns leider nicht zu Ende gemacht Ja, wo ist das? Da drüben sind eine Herzensspuren Ach, nein Brauchen wir die eigentlich nicht? Ja, ja Ja, ja Aber Ich habe den Aufschlag im letzten Tag Herzlich gut gefällt Nächster Schmerz von Schmerz Zwei 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 Die Riedklautklinik, das ist schon der Englisch, denn das ist ein Kabel-Einstell. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und zum Schluss möchte ich euch nochmal einen kleinen Blick in meine Wunderkiste, wie ich sie immer so schön nenne, zeigen. Da haben sich jetzt eben einige neue Teile des Omnibus Club München zusammengefunden. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 wird sich dann super machen, wird sich dann super machen, wird sich dann super machen, später eben an meinem Zahltisch. ZDF, 2020 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 ZDF, 2020